Blieb mal kochen, warte... Ahhhh Ah Ah Ok, bin doch Bam Ah Ah ja Wow Also ich mach ja hier nur vorne Wo man fast absturzt Einfach ins leere schießen Es sieht einfach aus als wenn Yeah Ich schuck's nicht ab Wo das denn los ist Oh Ich frage mich irgendwie immer in die Häuser fliegen Kriegst du mit dem Ding auch eine Zielverrichtung hin? Nicht wirklich Doch Nicht wirklich doch Ja Ah Ist aber dumm Bam Störkartoffel Heute nicht Alter, wir sind hier nicht im Bastardverein Ja Das ist doch so Ah Das Zuckerpfutze Yeah Hast du gesehen den Typ an der Flak? Ah ja Vorgel Störkartoffel Ich glaub Ja Ja hab ich dir schon erzählt, dass es so ein Flakpatrone zu Hause liegen hat Aber sie sein musst du nicht Toni Sie ist leer leider Ja Sonst könnte man da mit Der ist Meinung Ich mag das einfach den so abzustechen Wollten in den Kopf geneift Das gibt's geil Geil Weg war er Das hat bestimmt weh getan Bestimmt Ich glaub er nicht Hast du dir schon mal einen Knaller in den Arsch gesteckt und angezündet? Nein Das tut voll weh Oh Hast du es gehört? Ja der steht genau davor Weg ist er Nur Hä? Du bist voll reingesprungen in das Ding No Ok Naja Hat ja hier gespeichert Ah Oh der Mann ist explodiert Leg das Ding wieder weg Wow Die No ich hab gedrückt Schon Es hat ge Und los Bist du so instabil? Oh Ich hab ihn grad irgendwie schlechte getroffen Mit schlechten meine ich jetzt wirklich schön Fahrrad 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 Ja alle fallen schön ins Wasser Auch hier schlägt das gut Und da vorne kommt jetzt jemand Deswegen sch- Low. Ah! Ich darf noch schnell eine da rein. Ne. So. Ne. Scheiße. Die kann da nicht. Ich kann da nicht mal durchschießen. Also im Spielfehler. Ja. Ne. So endlich glaube ich so sein. Hier muss ich jetzt umrennen. So. Wenn ich jetzt mit dem Boot fahre, war es erstmal für mich? Ähm. Dann bin ich dran. Ne. Ja. Im nächsten Part. Ich lad erstmal das hoch und dann deins ne. Die müssen wir erstmal aufnehmen. Komm kann man da wieder so zusammen machen. Ja. Yay. Surfwellen. Juhu. Der ist tot jetzt nur noch. Keine Ahnung. Naja. Okay. Echt zockig.